Ok Pum, servus! Zurück beim persischen Prinzen. Ich weiss ja gar nicht, hat der Prinz einen Namen gehabt. Zumindest kann ich mich dran nicht erinnern. Aber im Grunde scheißegal, ein echter Prinz braucht keinen Namen. Der braucht gerade eine depperte Prinzessin. Pass auf, jetzt schau ich mal da hinten rein. Aha, da schau her. Eine Schulter. Wo schaut denn auch darin? Ja, ich seh schon. Wieder mal ein bisschen rum. Ja gut, heftig. Die Pflicht ruft. Die Pflicht eines Prinzen. Was dachte ich? Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Was ich warte. Bei dieser faule Sau. Da darf der Prinz natürlich wieder die Scheiße machen. Ja und? Gut. Da geht nix. Achso. Und? Ja und ich bin ein paar Elf. Ja und ein paar Elf. Och ja, da gibt es zwei. Oder es machte du auch? Ja und glaube ich, da gibt es zwei. Die sind ein paar Elf. Und ich bin ein paar Elf. Oder wie schaut denn alles andersrum? Ja, nek. Ja gut, ich probiere es einmal. Da ist es nicht, ich komme. Au. Ja, gut. Das funktioniert schon, mein Neck. Ja, Mann. Wollt ihr springen? Ja und, wie wirkt das was? Neck, geh. Ja so, mein bin ich bescheuert. Oh, da, warte mal. Geh mich da oben. Meinen besser, oder? Geh bei der Prinz. Hoch hinaus. Jawohl. Und, da sind wir. So wie schaut du aus? Die Pisa. Entschuldigung. 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 Sie hält an. Noch einmal. Was macht sie? Noch einmal. Gute Frau, geht doch nicht. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Sieht jetzt an eurem. Gute Frau, geht doch nicht. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem Hebel. An meinem Hebel. Ja gut, um mich geh. Immerhin. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Oh Gott, die sind auch noch. Kommt jeder ran. Ja, warte mal. Nein. Ich lege den Hebel um. Da oben nicht, oder? Nach links. Nein, nach oben. Nach oben. Ja, gute Frau. Wo hin? Da oben? Nicht gut, oder? Ja. Da spring ich nicht. Ja, weiter hinweg. Scheiße. Durch da aus. Oh, ich sehe schon. Mein Motor gibt den Geist auf. Hör bei Seif. Er hätt' jetzt die Frage. Möcht' ich ja nach unten? Oder kommt der Domi? Na gut, geht das war. Da seid ihr ja. Na, gute Frau. Da bin ich wieder. Und täglich grüßt das Prinzchen. Und jetzt komme ich auf die Brücke. Haltet durch. Ich bin Herr Tüge. Na, du bläde Kurze. Komm ich da oben. Bede hinter. Entschulde. Ja, da ist zu. Ja, Pfarrer. Magst du mal warten? Die nicht, geh. Überhaupt nicht. So, das kennt die gar nicht. Wobei, da bleibt der Prinz auch durchpassen, oder? Oh. Alter, mir sagt, es gibt wieder ein bisschen Trouble. Pfarrer, bist du bereit? Schon, oder? Lauf weiter. Ja, jo. Die greifen nicht, oder wie? Passt nicht, der bleibt der Geher. Ja, gut. Oh. Der Pleitegeil von hinten. Hier ist sie. Sehr fix. Die frisst mich auf. Das heißt, ich kriege diebrücke. Oh, du deixst nicht. Moko noch mehr. Ja man, geh weiter. Und dann kriegen wir wieder mal einen Speierpunkt. Warte mal, da hinten. Warte mal. Passt auf! Ja gut, los, Sandbrecher. Dann gehen wir zumindest keine Feinde rum. Sehr witzig. Jetzt mach die Tür auf. Hey, fix. Wo geht denn dahinten? Eine kleine Erfrischung. Oh, tut denn sie da drin, he? Oh, ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ja, ich seh schon, ich will da eine Mordspringerei jetzt. Warte mal da hinten, komm wieder hinten. Der heilige Sand. Jetzt läuft ein echter Prinz nirgängig. Nein, bin du reingegraust. Wie ihr wünscht. Ja, schläft oder trotzdem. Okay, Leute. Wo ist da? Die Frage. Dummige, an die Säule. Hinter mir, schon da. Schau mich noch. Ja, so ungefähr. Und dann spring, ne? Ja, spring mal in der Viere. Oh Gott, wo hin? Häufig da oben. Ja, ich scherz einmal. Ja, schlecht am Scherzen. Ich glaube an die Obe. Da muss ich gerade das richtige Timing haben. Sonst haut ihn mir nicht auf die Schnauze. Ja, gut. Scheiße. 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 Ich bin hier oben. Ja, da scherz. Siehst du oben jetzt? Präppisch. Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Hat mir gesagt, als getan. Was ist denn, Balkon? Wo? Der da drüben? Der Balkon? Wer du ist? Ja bitte, was kann ich eigentlich? Kimi Dummi schon, oder? Hier bin ich. Nein, nein. Kann man sich jetzt runter. Ja, dann müssen wir irgendwo ein neues Behälter. Und jetzt springe ich. Ja, komm ich durch hierher. Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut, ich treffe euch dort. Europatisch. Sie rennt vor Rogi, ich darf nach hinten neu rennen. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Pst, nicht weitersagen. Zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Äh, er meckert. Meht das auch wahr? Nein. Ich war zu nachsichtig. Was für die Dichtige? Ich arbeite bei der Abteilung. Wie ist das configuriert?